Für mehr Videos und Übungen zum Thema, klicke den Beschreibungslink. Hallo und ganz herzlich willkommen! In diesem Video geht es um die Vitamine. Was Magellan nicht wusste. Es geht um die Weltumsegelung von 1519 bis 1522. Hört, was die Geschichte erzählt. Die Männer auf der Trinidad starben wie die Fliegen. Das spanische Schiff unter der Führung von Fernando de Magellan glich nach 18-monatiger Irrfahrt durch die Weltmeere einem schwimmenden, stinkenden Sarg voller Ratten und faulender Lebensmittel. Nur 22 Seeleute erreichten schwer krank. Klicke jetzt einfach den Link im Beschreibungstext, schaue das komplette Video und löse die dazugehörigen Übungen.